Ja, Unzertrennliche werden auch Liebesvögel genannt und das aus gutem Grund. Ein Pärchen lebt sein Leben lang zusammen und ist, wie es der Name schon sagt, unzertrennlich. Deswegen werden die beiden hier nur gemeinsam vermittelt. Margarita und Mojito wurden privat abgegeben. Im neuen Zuhause könnten die beiden alleine gehalten werden, also ohne andere Ziervögel. Wenn jemand aber schon Unzertrennliche hat in einer Voliere, dann passt das auch. Damit sich die beiden wohlfühlen, ist eine gute und abwechslungsreiche Kostvoraussetzung. Alles Wissenswerte über diese hübschen, bunten Vögel erfahren Sie natürlich wie immer im Tierheim.